Hi, Papa Heike. Also ich habe es jetzt realisiert, das Hippie Setup hier war ohne Zeltstange innen drin, für eben mehr Raum, für mehr Leute. Es ist nicht so optimal und auch noch nicht die letzte Lösung, aber du siehst, man kriegt es hin. Allerdings auf Kosten der Stabilität, also sehr windstabil ist das noch nicht. Es ist eben noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Du siehst, schau hier, ich habe hier jetzt die Stange einfach nach außen gepackt. Man sollte besser, mit zwei Stangen wird es besser gehen oder Äste. Man sollte hier vorne lieber mehr nehmen, wenn der Wind kräftiger wird und auch größere Heringe. Und das Ende hier sollte man vielleicht in ein kleines Loch packen, weil sonst kann man das Ganze ganz schnell mal irgendwie durch ein bisschen frödeligen Wind da wieder zusammenfallen. Soll es ja nicht. So, das ist es aber gewesen. Du siehst, es geht.